30 Milliarden Menschen sahen den absoluten Gänsehaut-Film. Wovor haben sie am meisten Angst, Chlores? Vor Hammel. Haben die Hammel geschwiegen? Muss ich darauf antworten? Mel Brooks präsentiert das Schweigen der Hammel. Lachen Sie bitte noch nicht. Denn das Geilste kommt noch. Ihr werdet hier echt verarscht. Alle nicht. Ein Film über das Beste im Mann. Oder so. Der mit dem Wolfholt präsentiert. Den geilsten Film seit der Förster vom Silbersee. Das Schweigen der Hammel. Wir flehen Sie an. Begleiten Sie Detective Jodie Foster durch diesen elendig geschmacklosen Film. Schon beim Dreh. Haben wir uns stark gelangweilt. Ich dachte das wird ein satter Porno. In diesem Film werden Ihre Pickel garantiert zu Eiterbomben. Nein, ich bin nicht Robin Hood, sondern Mel Brooks. Und ich suche meine Strumpfhose. 3000 Stars. Wenn das meine Eltern wissen. Ach du Scheiße. Alfred. Der einzige Film, der nie hätte gedreht werden dürfen. Das Schweigen der Hammel. Also hör gut zu. Schweig beim Rammeln du Hammel. ualschade. bleibe Sony. during. Anfang. Gleich. Untertitelung des ZDF, 2020